Herzlich willkommen zum großen Element Tasting. Ich habe mir heute den Mino eingeladen und den René aka The Who eingeladen. Kurzes Recap für alle, die Element noch nicht kennen. Element ist ein neuer Dark Blend, der jetzt auf den deutschen Markt gekommen ist. Der wird von BMW nach Deutschland geholt. Drei verschiedene Lines. Air ist purer Virginia. Das heißt auch alle, die nicht gerne viel Dark Blend rauchen oder nicht viel Nikotin haben wollen, können wahrscheinlich mit der R-Line happy werden. Dann gibt es die Waterline. Die ist genau zwischen den beiden. Das ist also so ein mittleres Ding. Es ist zwar schon ein Burly, also schon ein Dark Blend, soll aber für einen Dark Blend noch relativ leicht sein. Also tendenziell, gucken wir uns heute natürlich noch an, aber wahrscheinlich so eine Art Einsteiger-Dark Blend. Und dann gibt es noch als stärkste Line in Deutschland die Earthline. Das ist dann ebenfalls auch Burly, also ein Dark Blend, der auch ordentlich stark ist. Das Waterline MG Sunset ist gebaut. Das Ganze diesmal im Funnel, im Low Load. Wir haben drinne 13,6 Gramm. Sieht wunderbar aus. Und Schnittfeuchtigkeit war auch wunderbar, hier in einem sehr kleinen Funnel Depot zu bauen. Also da gibt es auch gar keine Probleme. Ich habe den MG Sunset. Die süße Mango mit den Kräuternoten. Ich nehme nochmal einen Zug. Und ich kann zum Glück sagen, diese Kräuternoten, die sind absolut nicht krass am Start. Das heißt, du hast eine leckere, süße Mango, die auch gut getroffen ist. Nicht überintensiv, aber lecker. Und diese Kräuternoten haben für mich fast eher so einen leicht würzigen Touch. Aber wirklich nur so mini-minimal. Und wenn ihr mal eine richtig schöne, geile, reife, frische Mango im Ausland gegessen habt. Ich finde, Mango hat manchmal so einen leichten Pfeffer-Touch. Und das verbinde ich irgendwie im Kopf jetzt damit, dass dieses leicht würzige für mich auch noch perfekt geil zu dieser Mango passt. Ich rauche gerne Mango. Ich rauche gerne die Mango. Und dieses Mühe an Würzigkeit macht sie zu einer leicht besonderen, leicht anderen Mango, was ich echt geil finde. Also auch die für mich sehr weit oben im Ranking. Ich kann Renés Blicke noch überhaupt nicht deuten. Ich bin komplett gespannt, was du sagst. Vielleicht sind Geschmacksnerven durch jetzt. Aber was für würzige Kräuter. So ein ganz leichter, würziger Touch im Abgang. Wirklich nur minimal, aber so, dass es schon was anderes ist als eine normal fruchtige Mango. Okay. Findest du nicht? Ich finde es eine Mango. Magst du Mango? Ja. Magst du die Mango? Ja. Aber ich würde jetzt, wenn da drin steht mit Kräutern, da hätte ich jetzt so richtig Bock drauf gehabt, zum Beispiel, dass da, klingt jetzt vielleicht doof, Basilikum oder was hinten noch dazu kommt. So wirklich mal, wo ich sage, so was ganz Neues. Es ist eine Mango. Es ist eine gute Mango, die nicht so pappsüß ist oder so. Also generell wie alle sehr. Es ist relativ natürlich gehalten. Das finde ich auch geil. Aber wenn da Kräuter steht, wenn da nur Mango stehen würde, würde ich sagen, top, top. Aber wenn da Kräuter steht, sage ich, dann fehlt mir was. Also ich bin zum Beispiel das Gegenteil. Vielleicht schmecke ich es aber auch heute nicht mehr. Das kann jetzt auch echt sein durch das Ganze. Weil du wirst es nachher verstehen, wenn du an dem gezogen hast. Vielleicht schmecke ich es drum nicht. Okay. Das mag sein. Aber so würde ich jetzt sagen, nur eine Mango, da hätte ich mir echt mal irgendwie was gewünscht, wie so ein Basilikum hinten raus oder wirklich so mal ein bisschen was anderes. Aber es ist eine geile Mango. Für mich ist es momentan nur eine geile Mango ohne Kräuter. Mino, spürst du die Kräuter? Ja, also ich muss sagen, dass es entweder an einer kompletten Geschmacksverirrung liegt oder ob es einfach nur daran liegt, dass wir jetzt hier drei Pfeifen direkt hintereinander geraucht haben und dadurch einfach die Geschmacksnärfen komplett überladen sind. Aber ich merke von der Mango fast nichts. Eben. Bitte? Machst du jetzt den Hasti? Jetzt muss ich aber los. Kannst du da keine Mango schmecken? Ich merke eine Süße, ich merke dieses Aroma von der Mango, wenn du dran riechst, aber... Wie, warte, 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 stopp. Du schmeckst das Aroma von der Mango, wenn du dran riechst. Ja. Erklär mir bitte den Satz, wie kannst du etwas schmecken, wenn du dran riechst? Wenn du etwas riechst, geht das ja auch hinten lang am Gaumen vorbei, wo auch Geschmacksnerven sitzen. Bedeutet, für mich schmeckt dieser Tabak so, als würde ich an einer frischen, reifen, aufgeschnittenen Mango einmal meine Nase drüber halten. Es ist kein vollmundiger Geschmack, es ist kein Biss aus einer Mango heraus, sondern es ist wirklich nur dieses leichte Berieselnde. Dafür sind bei mir die Kräuter eher da. Gemixt mit so einer Grundtabaknote. Würzig ja. Ich würde aber auch eher sagen, dass es noch in so eine leichte, frische Basilikum bzw. Oregano noch reingeht. Also ich muss es bei mir daheim nochmal testen. Also ich könnte die Kräuter nicht benennen, aber auf mich wirkt das so, als ob du mit demselben Setup vor fünf Köpfen einen alten Somo Spiced Herbs, wenn du davon einen Kopf geraucht hättest, dann rauchst du fünf Köpfe von dem Mango und der Spiced Herbs, für die, die noch den alten Somo Spiced Herbs kennen, die werden wissen, was ich meine. Dieser Touch hängt da noch so ein kleines bisschen drin, aber wirklich nur minimal. Aber halt so minimal, dass mir persönlich die Kräuter nicht auf den Sack gehen, weil ich würde eine Mango, immer eine Mango mit Kräutern bevorzugen, aber so gut, dass ich trotzdem merke, okay, das ist keine normale Mango, da ist noch was dabei. Und das ist, also für mich ist das faszinierend. Auch das dann, du schmeckst die Kräuter nicht raus und der Mino schmeckt die Mango nicht raus. Das ist wild. Das wäre übrigens das R-Up Placement gewesen. R-Up, wo Placement? Das wäre das perfekte R-Up Placement gewesen. Ja. Das stimmt. Gut. Was man auch dazu sagen kann, gar keine Kühle. Null. Nö. Aber stand ja auch nicht dabei. Stand ja auch süß und so. Ja. Lecker. Wie gesagt, muss ich daheim mal im Meerloch testen. Ja. Weil. Ja, das wäre natürlich auch interessant, wie das Ganze nochmal im Meerloch rüberkommt, ne? Eben, ja. Gut. Soviel zum Mango. Also für mich saugeil.